Hallo, mein Name ist Sebastian Heindl. Ich habe ein Coaching bzw. ein Consulting bei Andreas Baulig gemacht und er hat mir dabei geholfen, mein persönliches Coaching und Consulting Business im Bereich Stressmanagement aufzubauen. Nicht nur, dass er mir geholfen hat, dieses Business aufzubauen, sondern vielmehr hat ihm hierbei eine Sache geholfen, die mein Leben lang mein Traum war, nämlich ein Business zu haben, das ich mit wenig Zeitaufwand und kurz und abhängig überall auf der Welt machen kann. Und das ist auch der Grund, weshalb man hier nicht etwa das Rauschen des Herzens hört, sondern man sieht hier das Meer. Denn ich bin gerade in Griechenland, also in Deutschland ist jetzt gerade Winter, aber da ich jetzt nicht mehr in Deutschland sein muss, wenn Winter ist, kann ich überall sein. Und deswegen bin ich hier in Griechenland, habe weiterhin meine Coaching, Telefonate, die wirklich sehr wenig Zeit brauchen. Und ich bin dir, Andreas, sehr dankbar, dass du mir dabei geholfen hast, dieses Business aufzubauen, dass wir diesen unglaublich geilen Lifestyle ermöglichen. Also schöne Grüße nach Deutschland und ciao.